Hallo meine lieben Freunde, heute geht es um die vermissten Fälle von Max Baumgartner und Andreas Leitner aus Zwietl, Anderhodl und in Wachsenberg aus den Gemeinden Mühlviertler in Österreich. Die beiden Orte sind nur wenige Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Am Freitag, den 11. September 2015, verschwanden beide spurlos. Sie besuchten zusammen die Hauptschule und wurden beste Freunde. Sogar ihre Geburtstage liegen nur einen Tag auseinander. Als die beiden jungen Männer verschwanden, waren beide 26 Jahre alt. Max Baumgartner ist ein Autofreak. Er arbeitet als Mechaniker bei einem Mühlviertler Reisebusunternehmen. Auf YouTube teilt er Videos, die zeigen, wie er alte Fahrzeuge wieder herrichtet. Er selbst fährt ein sogenanntes Frankenstein-Auto, so bezeichnet er es auf jeden Fall. Er hat aus drei alten Zitronens, die er extrem billiger Worm hat, einen Fahrtüchtigen Wagen zusammengeschraubt. Der Wagen war silbergrau. Da das aus Allteilen zusammengebaut wurde, erkannte man an den Türen. Ihre unteren Hälften sind schwarz lackiert. An der Heckscheibe klebte unter anderem ein auffälliger orangener Sticker mit der Aufschrift erfolgreich mit. Der Rest des Satzes konnte aber leider nicht mehr gelesen werden, da zu alt und zu vergilbt. Bei Andreas Leitner sah es etwas anders aus. Sein Vater starb früh, er lebte über seiner Mutter, hatte keinen Job und auch keinen Führerschein. Dies war in der Landlichen Gegend ein bisschen ungewöhnlich. Seine Begründung war, er hat starke Prüfungsangst und diese hat ihn immer davon abgehalten, den Führerschein zu machen, da er wahrscheinlich die Prüfung nicht überstehen würde. Die beiden Jungs oder jungen Männer waren recht häuslich und sind selten ausgegangen. Wenn, dann in Lokale in der Umgebung. Ausflüge in die nächste größere Stadt, zum Beispiel Linz oder einen gemeinsamen Urlaub, haben die beiden nie gemacht, weil sie mochten irgendwie das Fremde nicht. Freundinnen hatten die beiden auch nicht. Sie hätten zwar gerne welche gehabt, kamen aber bei den Frauen nicht gut an. Aber wirkliche Sorgen hat ihnen das nicht bereitet. Am Abend des 11. September 2015 treffen sich beiden mit zwei Bekannten im Haus von Max Baumgartner zum Kartenspielen. Er hatte sich in seinem Elternhaus eine Wohnung eingerichtet und seine Eltern waren an diesem Wochenende nicht im Haus. Andreas wurde dann von seiner Mutter dorthin gefahren und es wurde vereinbart, dass er wie üblich anruft, wenn er abgeholt werden möchte. Die beiden Bekannten verabschiedeten sich dann gegen Mitternacht. Bei Max und Andreas war nichts Merkwürdiges zu erkennen. Sie waren gut drauf wie immer, sie machten ihre Späße. Wahrscheinlich haben Max und Andreas dann noch weiter getrunken, nachdem die Bekannten gegangen waren und wurden irgendwie immer aufgekratzter. Gegen ein Uhr riechten sie eine gemeinsame Bekannte an, die sie zu einem Treffen überreden wollten. Doch diese lehnte ab. Sie haben dann auch versucht, erfolglos ein Taxi zu erreichen. Kurz darauf müssen sie sich dann mit dem alten Citroen auf den Weg gemacht haben. Sie hatten nicht mehr als 200 Euro dabei. Keine Pässe und nur Max hatte sein Handy dabei. Auf diesem war er aber nicht erreichbar. Kurz vor zwei Uhr wurde der Wagen im Bereich eines Kreisverkehrs in Bad Lünenfelden auf einer Ausgangsstraße nach Tschechien geblitzt. Es ist allerdings unbekannt, ob nur Max und Andreas in dem Auto waren oder ob sich noch eine oder mehrere Personen darin befunden haben. Am nächsten Tag wurde die Mutter von Andreas sehr nervös, als ihr Sohn im Laufe des nächsten Tages nicht nach Hause kam und sich auch nicht meldete. Wie vorher schon gesagt, meldete sich Andreas eigentlich immer telefonisch, wenn er abgeholt werden wollte. Denn eigentlich legte er immer sehr großen Wert darauf, zum Mittagessen wieder zu Hause zu sein. Am Abend informierte die Mutter die Polizei, die sich dann Zugang zu dem Haus verschaffte, in dem die beiden zum Kartenspielen waren. Aber beide Männer waren nicht dort. Auch das Auto von Max stand nicht wie sonst vor dem Haus. Nur das Handy von Andreas wurde gefunden. Max hatte seins ja mitgenommen. Die Polizei startete nun ihre Ermittlungen. Sie konzentrierten sich auf die Grenzgegend und das Nachbarland Tschechien. Man ging davon aus, dass die beiden im Nachbarland Tschechien noch ausgehen wollten. Es gab Suchaktionen in den Wäldern. Zuletzt auf der anderen Seite der Grenze, also in Tschechien. Auf der deutschen Seite war bisher nichts gefunden worden, trotz massiver Suchmaßnahmen. Im April 2016, also ca. 7 Monate nach dem Verschwinden von Max und Andreas, meldete sich ein Mann nach einem TV-Beitrag bei der Polizei. Der Zeuge gab an, am fraglichen Abend den Wagen von Max gesehen zu haben, und zwar im grenznahen Ort Wiesi-Brot. Er habe dann später zwei junge Männer bemerkt, die sich in breitem Mühlviertel direkt Dialekt unterhalten hätten und sehr guter Stimmung waren. Ob er sich dann tatsächlich um die beiden Vermissten handelt, konnte aber nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden. Er ist auf jeden Fall der einzige und zugleich wichtigste Zeuge in dem Fall. Von nun an konzentrierten sich die Ermittlungen auf Wiesi-Brot in Tschechien und die angrenzende Gegend. Der Ort zählt nicht mal 3000 Einwohner. Kommt man aus Österreich, passiert man dort zahlreiche Spielcasinos und kleine Shops entlang der Bundesstraße, die in den Ort führen. Überall gibt es Plakate und Leuchtwerbung für Billigangebote. Etwa Vernageldesign oder Massagen. Der Ort selbst liegt mitten von Wäldern. Es stellt sich jetzt die Frage, was könnte mit den beiden passiert sein? Selbstmord? Das wird ausgeschlossen. Da es dafür keine Hinweise gibt. Ein geplantes Verschwinden von den beiden? Auch das wird ausgeschlossen. Auch dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Es bleiben also die beiden Varianten Unfall oder Verbrechen. Erst einmal zum Unfall. Die Straße, die von Bad Leonfeln nach Wiesi-Brot führt, ist kurvig, führt zu viele Waldstücke und ist schlecht ausgeleuchtet. Sobald man die tschechische Grenze passiert, lässt die Qualität der Straße schlagartig nahe. Immer wieder gibt es Schlaglöcher. Hatten Max und Andreas hier vielleicht einen Unfall, der bisher unbemerkt blieb? Liegt ihr Wagen vielleicht in einem der zahlreichen Gewässer an der Gegend verborgen? Der an der Strecke liegende Moldau-Stausee wurde abgesucht. Weiterhin wurde laut der Polizei sehr viel unternommen, um ausschließen zu können, dass dieses Fahrzeug von der Straße abgekommen ist. Dennoch könne nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug vielleicht doch noch irgendwo liegt. Es gibt aber noch eine andere Sache, die gegen einen Unfall sprechen könnte. In einem Bericht einer örtlichen Zeitung wird geschrieben, dass sich das Handy am Montag nach dem Verschwinden noch einmal an einem Sendemast eingeloggt hat. Das heißt, das Handy muss eingeschaltet worden sein, obwohl es vorher die ganze Zeit ausgeschaltet war. Und man hat den PIN eingegeben. Erst dann gibt das Handy ein Signal ab. Es konnte aber trotzdem nicht geortet werden. Da stellt sich natürlich die Frage, hat Max tatsächlich sein Handy drei Tage nach dem Verschwinden wieder eingeschaltet? Oder war es eine andere Person? Und wenn ja, warum so nahe an seinem Zuhause? Dazu hat ein Telekommunikationsexperte eine entsprechende Idee. Wie das zustande kommen könnte. Zumindest, warum es sich so nahe zu Hause eingeloggt hat. Zwar war es so, 2015 fielen in ausländischen Netzen noch Roaminggebühren an. Daher kann es sein, dass sich das Handy dann bevorzugt versucht hat, in einen Ort oder in einen Mast im österreichischen Netz einzuloggen. Fraglich ist aber immer noch, wer hat dieses Handy aktiviert? Wer hat die PIN eingegeben? Könnte den beiden tatsächlich in Vigilbröt etwas passiert sein? Was ist das für eine Stadt? Einheimische bezeichnen sie als Kleinvietnam. Und zwar scherzhaft. Da sich nahezu alle Geschäfte, Nachtlokale und Marktstände entlang der B161 in asiatischen Besitze finden. Es ist auch bekannt, dass man in diesen Shops an verschiedene Drogen bekommt, wenn man so etwas haben möchte. Viele Einheimische glauben. Max und Andreas haben sich in Tschechien auf die eine oder andere Art mit der Vietnamesen-Mafia angelegt und eine offene Rechnung nicht zahlen können und sind deswegen zusammen mit ihrem Auto beseitigt worden. Die Einheimischen sagen auch, die Verbrecherbanden in dem Ort sind nicht gerade zimperlich. Wenn einer konsumiert hat und nicht zahlen konnte, ist es schon vorgekommen, dass der mit einer halben Ohrwaschel wieder heimgekommen ist. Das heißt, man hat ihm das halbe Ohr abgeschnitten. Im Jahr 2016, also ein Jahr nach dem Verschwinden von den beiden, gibt es noch einen weiteren tragischen Punkt. Ende Oktober 2016, hatten die Eltern von Max Baumgartner zusammen einen schweren Unfall, als Herr Baumgartner bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geriet. Herr Baumgartner starb dabei und Frau Baumgartner erlitt schwerste Verletzungen. Also, was ist mit den beiden passiert? Wenn man sich das so anschaut, erinnert das irgendwie so ein bisschen an den Fall von Patrick Stopp. Das ist auch ein Fall, den ich hier dokumentiert habe. Ich glaube, das war der erste, den ich gepostet habe. Beide, oder in dem Fall zwei und Patrick als so eine Person, sind in einem osteuropäischen Land und verschwinden dort erst einmal spurlos. Patrick wurde dann tot aufgefunden. Auch bei ihm war sein Fahrzeug, also sein Motorrad, erst einmal verschwunden und tauchte erst dann wieder auf, als es in einen Unfall verwickelt war. So, meine Freunde, was glaubt denn ihr, was mit den beiden passiert ist? Ist ihnen ein Verbrechen zugestoßen oder hatten sie einen Unfall auf dem Weg dahin? Weil man muss ja bedenken, wenn sie tatsächlich gefahren sind, müssen sie ziemlich angetrunken gewesen sein. Und da ist ein Unfall auf schlechten Straßen nicht gerade selten. Ich bin mal gespannt, was ihr so denkt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann sage ich jetzt erst einmal für heute wieder Tschüss. Danke euch fürs Zusehen oder Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen und hören uns auf jeden Fall spätestens am nächsten Wochenende wieder. Bis dann erst einmal und Tschüss.